Willkommen zum DAX-Check, liebe Zuschauer. Heute am Dienstag und natürlich auch heute wieder mit Thomas Bergmann. Guten Morgen. Der DAX hat sich gestern recht robust gezeigt, sogar einen kleinen Ausbruchsversuch gewagt, obwohl die Sondierungsverhandlungen gescheitert sind. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt sehen wir aber heute schon wieder so ein bisschen Lethargie, kleine Verluste, kaum keine Anschlussgewinne. Ja, die Unsicherheit bleibt ja. Wie geht es jetzt weiter? Werden die Verhandlungen vielleicht nochmal aufgenommen? Minderheitsregierung, Neuwahlen, GroKo und da. Wir wissen gar nichts. Genau, wir wissen gar nichts. Deswegen schauen wir auf die Charttechnik und das ist am einfachsten in dem Fall. Wir sehen heute nochmal der vollständige halber leichte Verluste. Gerade 0,2 Prozent geht es abwärts. Damit halten wir uns über der 13.000-Punkte-Marke. Das ist schon mal gut. Eben. Das ist die wichtige Marke, die vielleicht auch nicht mehr unterschritten werden sollte. Psychologisch, aber darunter sind ja auch noch die wichtigen ... Genau. Also wichtiger in meinen Augen ist eben dieser Bereich hier um die 12,9. Einmal weil wir hier eben sehr viele Auflagepunkte hatten. Und wenn dieser Bereich unterschritten wird, dann müssen wir uns mal dieses hoch hier bei 12,640 anschauen. Und eben dann hier die 12,5. Und wie wir sehen, es wird noch einen oder zwei Handelstage dauern. Dann sind die beiden Linien oder die Marken identisch. Wäre natürlich eine sehr, sehr starke Unterstützung, die dann tunlichst nicht unterschritten werden sollte. Aber wir sind jetzt auch von der Unterstützung hier ja noch, ich will jetzt nicht sagen, komfortabel weg. Es sind ein Prozent nur. Aber der DAX macht auch keine Anstalten hier, da mit massiven Verkäufen hier da drunter zu fallen. Wenn es jetzt, wenn wir diese Unterstützung halten, wenn er sich stabilisiert, Boden ausbildet und dann wieder ansteigt, könnten wir recht schnell wieder in Richtung Allzeithoch steigen? Ja, es hängt natürlich davon ab, was jetzt Donald Trump mit der Steuerreform macht. Hier hofft man ja, dass es vielleicht doch noch in diesem Jahr vonstatten geht. Und ja, dann haben wir noch diverse Notenbank-Sitzungen dann im Dezember. Also es ist spannend vielleicht, also in meinen Augen wäre es ja besser, wenn wir eben noch ein bisschen konsolidieren. Weil diese 200-Tage-Linie, die geht ja weiter hoch. Weil der Bereich hier, der fällt ja weg. Sprich, es kommen immer höhere Kurse hinzu. Und ja, noch ein Test und dann nach oben, wie hier, wäre durchaus wünschenswert. Also von mir aus kann es noch ein bisschen seitwärts gehen, um eben noch ein bisschen auszukonsolidieren. Und dass wir dann eben neuen Anlauf nehmen können für neue hoch. Dennoch bist du schon aktiv auf der Long-Seite. Da gibt es ein Produkt seit letzter Woche. Genau. Wir hatten gesagt, Trading-technisch wäre es angebracht, mal Long zu gehen wieder. Nachdem eben die 12,9 verteidigt wurde, dann wir schnell über die 13.040 gegangen sind. 13.71 war ein Tageshoch. Und deswegen sind wir hier eingestiegen in dieses Produkt. Acht Euro exakt war der Kaufkurs. Also wie das Vorgängermodell. Und ja, wir sind leicht im Minus. Hat schon schlimmer ausgesehen eben am Montag. Aber ich würde das Produkt noch halten. Wir haben jetzt Jobkurs 5,60 Euro. Der ist zu weit entfernt. Da werden wir sicherlich die nächsten ein, zwei Tage noch mal nachziehen. Weil 30 Prozent Minus muss man nicht unbedingt haben. Das stimmt. Okay, dann war es das für heute. Morgen schauen wir wieder drauf, was Herr Dax bisher bis dahin gemacht hat. Danke auch Ihnen. Schalten Sie morgen wieder ein, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.